Herzlich willkommen zu einer anderen Folge Dying Light 2 und in der letzten Folge sind wir hier stehen blieben und ja wir müssen uns jetzt erstmal mit Aitor treffen warte wo genommen müssen wir nochmal hin ok da hin gut dann erstmal hier runter oh shit da ist wieder ein Heuler unten da sollten wir auf jeden Fall aufpassen dass wir nicht hier runterfallen dann hier rüber okay dann hier nach oben warte mal kann ich da nicht nach oben springen? ach scheiße dann hier hin jetzt hier rüber komm ein bisschen schneller ok da ist er ich hab alles gehört reden wir was wollen sie? mir gefällt nicht was hier vor sich geht Aiden zuerst töten Jack und Joes Banditen Karls Leute jetzt macht Sophie sich bereit zum Vergeltungsschlag sie machen doch da nicht mit oder? sie sagten doch ich soll ihr Vertrauen gewinnen ich werde Sophies Lager durchsuchen deshalb bin ich gekommen um sie zu warnen Gerüchte machen die Runde sie haben den Lazarus für mich gefunden sie könnten sie verdächtigen ein PK Spion zu sein na glaub ich nicht die scheinen sich über jede Hilfe zu freuen das sagen sie aber diese Leute hassen uns Aiden so wie jeden der mit uns arbeitet wenn sie also den Verdacht hegen vor allem jemand wie Sophie ich komm mit denen klar das dachte Lucas auch und sehen sie nur wie es endete es wäre ein Jammer wenn ich sie irgendwo in der Grube mit abgezogenem Fell finden würde sind sie nur hergekommen um mich zu warn sie haben mir mit dem Lazarus geholfen und ich kümmere mich um meine Verbündeten Sophie kämpft einfach nur um Wasser das ist alles ich glaub nicht dass sie misstrauisch ist glauben sie das wirklich? sie hasst die Peacekeeper sie gibt uns die Schuld dem Bazar nicht geholfen zu haben und auch die Schuld am Tod ihrer Mutter wenn wir also anfangen ihre Leute zu befragen seien sie lieber vorsichtig danke für die Warnung haben sie irgendwelche Informationen für unsere Untersuchung gesammelt? Sophie fragt sich auch wer Lucas getötet hat was soll sie auch sonst sagen die wissen wenn wir beweisen können dass sie Lucas getötet haben finden sie von Sophie heraus wann sie den Angriff plant halten sie mich auf dem Laufenden wo sie gerade sind seien sie vorsichtig passen sie gut auf sich auf Pilger ok dann wieder zurück bitte komm ich da rüber ach scheiße nein nein schnell nach oben ach shit komm ich hier nicht nach oben dann wieder hier rüber dann erstmal hier hin und so geht dann hier rüber ok jetzt sind wir hier ja es ist Zeit für uns sieht aus als sei Sophie nicht hier ich suche besser nach ihr also der Pilger uns ist noch früh gefällt mir aber Barney und der Pilger ich suche Sophie wo ist sie hingegangen? sie sagte sie müsse sich um wichtige Angelegenheiten kümmern aber du kannst bei uns warten wenn du wissen willst ob ich einen Freund habe ich habe keinen was nicht heißt dass du auch nur die leiseste Chance bei mir hast die hast du nicht wenn du glaubst mich würde es interessieren ob du einen Freund hast liegst du falsch aber auch wenn du deine Meinung über meine Chancen änderst meine ändere ich nicht na gut was führt ich her pass gut auf Barney auf heute der Typ ist wie ein Neonschild auf dem steht zum Chaos hier lang stimmt oh es ist besser für die Welt wenn du still bist oh was wer sieht mich hier das ist star nicht so Schätzchen es gibt wir fallen auf die Augen ein Ding ich weiß nicht ob der Pilger das ist gerade achso warte mal warte ja du unten oder hey hast du Sophie gesehen? Sophie ja sie ging sie meinte sie ist dort lang gegangen ganz genau danke warte mal da wäre noch was noch eine Sache da stimmt was nicht funktioniert nicht mit ist kaputt das Papa fragt ob was mit deinem Funkgerät nicht stimmt es rauscht manchmal aber solange es funktioniert lass ich's lieber in Ruhe ähm kann ich dich was fragen? sicher Aiden ist mein Name Vincenzo Aiden wie bist du zum Pilger geworden? heißt das du bist ein Mörder? Vincenzo warum was meinst du warum Papa ich frage weil ich neugierig bin sagst du es mir Aiden? oh Lass uns ein andermal darüber reden und danke für dein Angebot mir mit dem Funkgerät zu helfen der Pilger und Warn wie gefällt mir aber Warni und der Pilger ich bin hier was ist mit deinem Funkgerät? funktioniert es jetzt? manchmal geht es manchmal nicht purer Zufall Susi Logan ich schwöre ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide Bernie Ralph auf euch ich liebe euch was jetzt? erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs Aiden? so vage ich kann mich erinnern als wär es gestern gewesen wir hatten die Kirche ne Weile gegen die Infizierten verteidigt meine Mutter hatte das Sagen sie verlor täglich Dutzende Leute sie hielt alle am Leben während ich Barni im Auge behielt sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an wurde aber ignoriert schließlich wurde sie verletzt es war Dämmerung sie brachten mich zu ihr aufs Dach der Sakristei sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab mich um meinen Bruder zu kümmern sie sagte das als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen dass ich es unbeschädigt zurück bringe danach ernannte sie Karls ihrem Nachfolger mit mir an seiner Seite du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl sagte sie aber solange die Welt brennt hören die Menschen nicht auf jemanden der so jung ist sie lag falsch so habe ich mein ganzes Leben lang gedacht aber jetzt nicht mehr jetzt verstehe ich meine Mutter als Anführer musst du skropellos sein damals war ich nicht bereit jetzt bin ich es ich glaube ich weiß wovon du sprichst und ich weiß was Verlust bedeutet sprichst du über jemand bestimmtes ach meine Geschichten sind gerade nicht so wichtig ich verstehe ich erzähle meine nicht dann erzählst du deine nicht gut so meine ich es nicht das ist eine alte Geschichte die noch immer zahlreiche unbeantwortete Fragen hat bist du deshalb zum Pilger geworden? um diese Antworten zu finden? du siehst absolut nicht wie ein Verbrecher aus zumindest für mich nicht ja weil du mich nicht kennst Sophie wir müssen reden Zeit zu handeln je schneller wir das hier durchziehen desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe Aiden Aiden lass uns nochmal von faul anfangen hier trink dir ein bisschen Mut an solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken Barney ich? ha 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 ich hab die stärkste Leber in ganz Vildor kümmere dich um dich selbst Pilger wo ist Sophie? dort auf dem Dach ich hab dich im Auge Pilger ok dann müssen wir da nach hinten ok warte mal erstmal hier langsam runter und dann hier rüberspringen bist du hier um rumzulungern oder um zu helfen? anscheinend beobachten uns die Peacekeeper lass sie nur schauen was mit Jack und Joe passiert ist das können wir auch mit ihnen machen du sagtest es sei Zeit zu handeln wir handeln ich habe drei Speer zum Lager geschickt Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein ok Banditenlager nähern sie sich dem Banditenlager benutzen sie das Fernglas um die Eingangspunkte zu identifizieren den Lagerleiter zu finden und potenzielle Gelegenheiten in der Umgebung zu identifizieren äh um das Banditenlager zu übernehmen müssen sie den Lageranführer und seine Lieutenants töten und das Lager totem holen wenn sie den Schlag übernehmen richten sie eine Sicherheitszone ein und verlieren und verdienen eine zusätzliche Belohnung XP, Waffen, Outfits und so weiter ok weißt du nicht viel wachen die meisten schlafen wahrscheinlich es gibt ein paar Eingänge ins Lager der Vordereingang wäre Selbstmord da sind die meisten Wachen da ist glaub ich ein Alarm oder du bist zuerst rein wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch wir nehmen sie in die Zange wenn irgendetwas schief geht ziehen wir uns in die Basis zurück wo? das Tango Motel wo man sich felschen ok wir müssen die lieuten uns töten ok dann gehen wir mal rein würde ich sagen zahnung es ist ratsam hier eine zahnung zu verwenden drücken sie b um die hocke zu gehen und mit hilfe von verstecken ihre sichtbarkeit zu reduzieren nutzen sie die umgebung um ihre feinde abzudenken münzen flaschen und ziegel machen lärm der aufmerksamkeit erregt streichen sie sich hinter feind drücken sie x um sie zu überwältigen verwenden sie die kampffertigkeitsstich um ihre feinde schnell und leise auszuschalten planänderung aden sie haben unser versteck angegriffen wer sophie meine männer sind dort finde karl rette ihn und beschaffe unsere kristalle schnell ich tue was ich kann ok ich komme hier nach oben warte mal ist irgendwer doch shit oh da ist schon einer ok der steht dort das ist eigentlich ganz gut dann kann ich den schon mal weg holen aber da hängt auch noch einer den haben wir schon mal doch scheiße 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 schnell hier rein da steht's dort ok warte mal da ist ein ziel das ist gut logge ich den mal ah warte mal das geht ja hier weg scheiße komm schon komm schon komm schon ok den haben wir auch das ist gut ok dann gehen wir hier langsam weiter ok hier oben steckt da einer warte wo ist der jetzt ah hier komm schon komm schon komm schon ganz schnell looten und wir gehen hier mal nach oben nein scheiße dann hier haben wir gesehen ach scheiße na kein molotov nein ach idiot ok ist eigentlich egal verbrennt der eine weges jetzt mal boah es kommt hier der nächste scheiße den haben wir boah das ist schon richtig verbrannt los der ist auch tot ist auch der hier boah scheiße und ok sind alle tot na das ist noch einer ok treff ich irgendwie gar nicht das ist gerade ein bisschen komisch hier ok das ist auch gerade hier ganz komisch ok dann gehen wir hier einfach mal und gehen weiter ach scheiße da oben nein 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 der macht einfach weiter scheiße ok da fällt der runter das ist gut scheiße hinter mir oh ich bin nicht tot ja da kommt wieder viel hier alter alter scheiße schnell runter und ich halb mich erstmal scheiße der ist tot der ist auch tot die treffe ich einfach nicht das gibt es ja nicht was ist denn mit dem hier bitte los ok sind wie komisch verbrannt hier gerade warte mal ich gehe hier mal schnell nach oben da ist noch irgendwer nein alter der ist ja übenswald geflogen ok dann brauche ich nochmal national warte mal komme ich da einfach so nach oben warte ok ich muss da wahrscheinlich dann so ok jetzt dann nach oben ok ich kann mich gar nicht festhalten hier irgendwo warte mal hier geht es weiter ah da geht es jetzt rein aber wir müssen dorthin warte mal ach so hab ich aber keine ahnung wo die sein sollen warte mal hier ist noch irgendwer oben na klettert nach oben das ist wieder der typ aber jetzt treffe ich den auch also sei tot ja wir müssen ja die lieternen töten aber wo sind die bitte überhaupt warte mal ist noch was ein paar zigaretten na das wäre eine kiste ok schauen wir mal rein dann natürlich alles mitnehmen okay und dann kein wasser habe ich jetzt hier alles mitgenommen ich hoffe es mal warte mal da liegt noch was oh shit okay ich habe mit allen lozenen so warte mal ist es eigentlich ist es nur einer okay ich dachte es sind mehrere ok aber gut und dann würde ich es mir sagen das war es jetzt hier mit erfolg ich hoffe es gefallen bis dem nächsten mal und tschüss ja